wird jetzt nicht gerade leicht aber es geht ja sehr schön jetzt ist es ein bisschen leichter weil einfach der frame breiter ist und schon sind wir vor lästigen geiern geschützt so gut wie natürlich das ganze jetzt so zu verwenden für einen blutmond wäre absoluter selbstmord denn ihr wisst ja das ganze hier ist jetzt nur normales holz ja das hat die überlebensdauer von keine ahnung nüßchen aber das ist schon mal gut das ist zumindest mal ein anfang und gleichzeitig quasi so eine art wachturm hier sehe ich jetzt grundsätzlich auch nicht als fehler statisch müsste das hoffentlich alles halten aber das werden wir sehen das werden wir alles gut die frage ist jetzt wie geht es unserem crafting da drinnen ich meine der zweite betonmischer müsste fertig sein das ist sicher nicht das thema genau und hier haben wir noch ein paar hülsen und ein paar bullet tipps gut hätten wir grundsätzlich mal das heißt wir würden jetzt eine kohle session mal brauchen wird jetzt noch schnell mal eben hier das den turm zumindest verholzen nennen wir es mal so und dann wenn ihr nichts dagegen habt würde ich mal zum händler rüber düsen mit euch da hätte ich die freiheit und auch die frechheit und würde euch mitnehmen natürlich in einer time lapse dann können wir drüben beim händler mal schauen ob es vielleicht irgendwelche rezepte vor allem für den erdohrer oder so gibt das wäre so quasi mein nächster wunsch dann und wir könnten das ganze zeug was wir bis jetzt mitgenommen haben als händler matz könnten wir mal bei ihm verkaufen wir könnten auch den einen oder anderen laden drüben in der city unsicher machen aber das würde ich halt gerne tagsüber machen weil klarerweise des nächtens hat der händler ja geschlossen also da haben wir dann nicht so denn den sinn dahinter könnten wir höchstens die trübrigen ressourcen spots noch mal abgraben aber ich glaube mittlerweile haben wir hier rüben auch alles in reichweite und dann würde ich nach hause fahren was wir jetzt schon mal machen können bevor wir aufbrechen ist auf jeden fall perfekt ist auf jeden fall das restliche schießpulver kraften beginnen den stellen wir mal hierhin gut na gut schießpulver hätte ich jetzt mal eiskalt gesagt vergiss es das eisen kann jetzt hierher ansonsten habe ich eh nicht viel was an zeug aber was wir schon mal machen können solange wir unterwegs sind glaube ich ja das macht durchaus sinn das koppel gemobbelt das restliche lassen wir hier die kommen mal hier rein und dann würde ich einfach hier alles mitnehmen das haben wir ja eh schon alles gelernt und mich auf unsere mini patike schmeißen na ja es hat schon lange nicht mehr geregnet oder und ich hätte gesagt wir sehen uns dann hoppla mine voraus wir sehen uns dann drüben beim trader in kürze bis gleich timelapse ja da sind wir wetter ist wie immer ausgezeichnet gutes schottisches wetter hohe senkrechte luftfeuchtigkeit du hast besucht darf ich mal dein inventar sehen was haben wir denn schönes ja nichts was ich kaufen möchte da trap ist nett aber auch nicht nicht wirklich das was ich suche nette waffenmauswahl hast du diesmal kumpel cash register ja wollte ich schon immer cooler zalea ja genau da 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 night vision goggles sind verlockend im moment Small Pipes, Locker, Wood Splitter Mod. You can craft Steel Clubs, verlockernd. Drinking Beer in a longer Blurs, nein, brauche ich absolut nicht. Rocket Launcher, nein, brauche ich leider auch nicht. Die würde ich gerne mal alle loswerden. Oh Gott, davon haben wir schon drei, nett. Ähm, ja, das war's dann auch. Hast du irgendwelche interessanten Jobs? Fetch, 73 Meter. Ich trau dir auch nicht, keine Angst, mein Dicker. Cool. Das ist ja wirklich gleich ums Eck, das muss ich einfach machen. Ja, das ist der Laden, das dachte ich mir fast. Jemand zu Hause? Hallo? Nö. Nö. Okay. Achso, ich muss die Mus... Blöde. Die Musion, ja. Ich muss die Musion annehmen. Ähm. Häffchen. Ich hab ein Rezept übersehen, sehe ich gerade. Schiede. Ähm. Working Stift Tools. Okay. Dann lass mal gucken. Hallo, hallo, hallo. Papa ist zu Hause. Na, siehste. Geht doch. Daneben. Mist. Nochmal daneben. Holla, die Waldfee. So, wer kommt jetzt alles? Ja. Mitkommen, Freunde. Weg, du Wicht. Ruhe. Ja. Dankeschön. Siehste, genau darum habe ich ein Käffchen getrunken. Und wo die herkommen, gibt's noch mehr. Hallo, wo bist du? Hallo? Willst du mich verscheißern, Mädel? Eine Tür zu machen. Ähm. Hier haben wir was. Eigentlich wollte ich nur... Oh, sieh mal einen an. Den hätte ich sonst eh wieder ewig gesucht. Eigentlich wollte ich ja nur zum Händler, aber... Wenn wir schon hier sind... Und... Tschüss. Gut. Können wir auch die Regale durchsehen, wollte ich gerade sagen, bevor uns die Dame unterbrochen hat in ihrer unfreundlichen Art und Weise. Achso, das war wieder ich. Tritra trulala. Die Kassen sind soweit leer. Da hinten kommt ein Besucher. Aber... Den können wir später machen. Hier ist noch... Danke. Dankeschön. Äh... Ja, okay. Nix aufregendes, aber... Wie gesagt, okay. Ja. Kommen wir an Kassel 2. Kopf los durch die Nacht. Toll. Was man alles für guten Loot kriegt hier. Hepp, hepp. Ist halt doof, wenn du... Teilweise echt schon bessere Sachen craften kannst, als du im Loot findest. Den hatten wir schon, oder? Ja. Okay, doch. Mhm. Mhm. Ja, wenigstens 2 Repair-Kits. Die nehme ich immer wieder gern mit. Ansonsten, das hatten wir wenig Aufregung. Ähm... Danke. Hm? Oh. Ja. Ja, ne. Ähm... Sorry, Leute. Aber ihr kennt mich. Ich hab's auch gleich versprochen. Sind nur mehr... Vier Stiche. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut. Wenn's nämlich schon... Ein Grill. Was würde ich alles für nen Beaker geben? Na, nicht alles, aber... Doch einiges. Die hatten wir... Hier haben wir... Einen Haufen nix. Ein paar Nägelchens. Naja. Naja. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Das hatten wir schon. Okay. Hallo. Hallo. Du... Bist wohl nicht ganz ausgeschlafen, Alter, oder? Ich glaub, der kann mir da einfach aufs Dach springen. Wenn er es setzt. Aber man merkt jetzt mittlerweile auch in so Standardgebieten wie hier, dass die... dass wir eine höhere, ähm, Game Stage mittlerweile haben. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätten wir uns noch gewundert, wenn... Ähm, wenn Soldaten unter den Zombies gewesen wären. Hier ist Locked. Ja. Ah. Die feine Mischung. Du bist mal still. Weg. Weg. Ah, da kommt auch noch einer. Dachte ich mir doch, dass da noch irgendwo jemand herumgammeln muss. Ja, ja. Hau mir ruhig eine rein. Wenn's dir dann besser geht... Ein Haufen Müll. Eisen und... Steine. Eisen und Kleber. Ein bisschen Blei. Uiuiuiuiuiuiuiui. Es ist ja so... gar nix an interessantem Loot heute dabei. Einmal. Und... zweimal. Und... die nehmen wir noch mit. Und... Du glaubst wohl... auch weil du ein Feral bist, habe ich Respekt vor dir, oder was? Und sieh mal an, wie schnell du umfällst. Warum ist die schon wieder nicht geladen? Schwerer Fehler. Und... Erreiche ich die? Nein. Erreiche ich die jetzt? Ja. Danke. Ui, toll. Ui, toll. Wenn ich noch mehr Holzblöcke kriege, kriege ich meinen Herzinfarkt vor lauter Freude. Ich muss gestehen, es ist der Knochen fast interessanter. Als die anderen Teilchen hier. Die Axt. Ich kriege nen Rubber. Ähm... Nennt sich Working Stiff Tools und... Es gibt genau nix, was interessant wäre. Die ist soweit, sie geht durchgeladen. Okay. Kein Vogel. Interessant. Ähm, hier. Hm... Danke. 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 Irgendwie kommt mir vor, du kriegst nicht hundertprozentig den gleichen Loot, je nachdem wie du auf die... Ähm... Auf die Sachen drauf haust. Ob du sie wirklich abbaust oder... Oder einfach nur zerstörst. Ah, sieh mal einer an. Madame. Alles okay bei dir? Passt. Ähm... Ich hab da was gesehen. Und weg ist er. Dankeschön. ... Der ist nicht weg, oder? Doch. Wow. Damit hab ich nicht gerechnet. Muss ich ehrlich gestehen. Auf sie meinen Hundi! Und weil ich's kann. Danke. Okay. Der Griller beinhaltet... Nix spektakuläres. Ein altes Bücherregal. Hier... Haben wir ein bisschen Loot. Hallo! Hm, toll. Gleich wieder was zu verkaufen. Bringt wieder Geld. Das war nicht sein Kopf, oder? Das war definitiv der Oberschenkel. Wie konnte der nicht treffen? Das war sein Todesurteil jetzt. Nein! Gott. Warum? Warum? Äh... Hallo? Laufen? Danke. Achso, mir geht die Puste aus. Ist ein Argument, ja. Hier ist nix drin. Schön. Alter, bitte nicht. Oh Gott. Na dann. Rein in die Party. Ab geht die Party. Und die Party geht ab. Und ich sag... Ach du Scheiße. Was ist basiert? Ja. Klar. Äh... Nein. 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 Freunde. Ja. Wenn euch das Spaß macht, dann macht das bitte. Wenn euch aus irgendeinem Grund das Rohr... Du Depp. Das Rohr im Weg ist, dann soll's so sein. Ich geh hier lang. Ah, lockt. Lockt. Das hab ich übersehen. Dann mal... Auf geht die wilde Party. Hauen wir mal drauf. Hauen wir mal drauf. Was unsere Spitzhacke und unsere Ausdauer so hergeben. Dann werden wir mal kurz was knabbern. Weil wir ja sowieso Hunger haben. Das wär gemein gewesen. Aber... Ich trau's den Devs zu. Lalalalala. Wo geht's hier hin? Ah, okay. Eigentlich... Wir haben ja Lockpicks zum Abwinken mit. Warum versuchen wir es nicht einfach? Ihr habt recht, ja. Nein. 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 Tor. Nein. Und jetzt wisst ihr, warum ich's nicht mit Lockpicks versuche. Ja. Sehr schön. Ähm. Mit Lockpicks versuche. Ähm. Die kriegt er. Eher. Und das könnte jetzt endgültig mal... 7,6255... 6,6252... Das könnte vielleicht irgendwann mal... Ein Messer werden, das ich wirklich nehm. Wo seid ihr Kinder? Ja. Whatever. Fauch mich nicht an, du Arsch. Hat man sowas schon gesehen. Meinen Bolzen kriege ich bitte zurück. Danke. Gut. Wir gehen nur schnell was holen. 6 Stunden später. Oh. Das... Ah. Da ist sie. Hallo. Und tschüss. Ähm. Und das gefällt mir aber sehr gut. Das gibt Sprit. Und Sprit können wir immer brauchen, haben wir gesagt. Und der Sedan ist plötzlich auch ungetutscht. Zwei Repair-Kids. Okay. Nehme ich. Wenn du jetzt noch einen Kühler für mich hättest, wäre ich sehr verbunden. Danke. Okidok. Und... Hier haben wir... Ah. Wirklich nur Müll. Okay. Hätte ja sein können, dass irgendwas brauchbares drin ist. Hier habe ich nichts mehr angepflanzt gehabt, oder? Nein. Da ist nur so ein kleiner Kriecher, der mir jetzt eigentlich... nicht mehr so ein kleiner Krieger ist. Ich erlöse ihn von seinem Leiden. Dann mal kurz... Ähm. Die Sachen unten können weg. Das kommt sowieso ins Moped. Dinge, die nicht ganz so stapelbar sind, kommen da rein. Oh. Ja. Ja.